Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Oral-B Pulsonic Slim Lux 4000 elektrische Schallzahnbürste. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese wertige Zahnbürste für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Mundhygieneprodukt unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, lohnt es sich überhaupt so viel Geld für eine Zahnbürste in die Hand zu nehmen? Kannst du nicht einfach zum Discounter gehen und dir wie üblich für 3 Euro oder so eine scheinbar ganz normale, ausreichende Zahnbürste zu kaufen? Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt, in seine Mundhygiene zu investieren, weil wenn du hier ein paar Fehler machst über längere Zeit hinweg, dann wird sich das natürlich in deiner Zahngesundheit auch zeigen und du weißt, Besuche beim Zahnarzt sind weder angenehm noch besonders günstig, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall dem vorzubeugen und seine Beißerchen gut zu pflegen. Ich finde, bei dieser Zahnbürste hier passt das Preis-Leistungsverhältnis definitiv. Du bekommst ein hochwertiges Produkt zu einem Preis, der wie bereits gesagt vielleicht ein bisschen teurer ist als so die herkömmliche Zahnbürste, die man sich im Discounter kauft, aber dafür bekommst du eben auch besondere Qualität und eben auch mehr Funktionen. Ich finde auch das Design echt cool und ansprechend, modern, passt in jedes Badezimmer, auch das gefällt mir sehr gut, aber im Endeffekt muss das jeder Freund der sauberen Zahnhygiene natürlich selber beurteilen, ja. Ich kann hier wirklich nur meine Tipps und Empfehlungen mit auf den Weg geben und ich bin der Ansicht, ja, dass es sich hier um eine sehr hochwertige und funktionale Zahnbürste handelt. Wie bereits gesagt, Preis-Leistungsverhältnis würde ich als gut bezeichnen, aber auch das ist natürlich eine individuelle Geschmackssache. Ja, ich hoffe, dass ich dir noch ein bisschen weiterhelfen konnte. Das Amazon-Angebot zur Zahnbürste werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir gesunde Zähne. Alles Gute, ciao. Zähne Zähne